Herzlich Willkommen an der Chikos und Chikos aus der Skyns-Handschaften und also generell bei Let's Pay Battlefield Hardline und ich weiß es fehlen jetzt einige Folgen wir sehen aber gar nicht kurz was wir gemacht haben weil ich weiß nicht was sich für mich eigentlich respektiert gerne würde ich es machen aber es ist immer so für die verschiedene Liebensmöhe und generell ist YouTube für mich eigentlich zurzeit ja da wenn ich gerade Lust habe und das wozu ich gerade Lust habe ich habe einfach keine Lust das gleiche noch mal zu spielen wir sehen jetzt was auf jeden Fall wir haben hier durchgenommen klar zu wir sind jetzt in der Fehler es ist schon es ist jetzt fast schon fast drei Jahre her dass Nick Mendoza wegen eines Verbrechens verurteilt wurde dass er nicht begangen hatte die Wunden sind noch immer tief drei Jahre sind es ist jetzt also dementsprechend ja oh ein gewaltiger Zeitsprung ähm ja wir sehen wahrscheinlich in kurz was passiert ist ey geduckt und laut ist hinter deinem Gegner bewegt ich vermute mal dass wir jetzt gleich ja ausbrechen werden weil wir wurden halt hintergangen dass wir jetzt die Bösen sind dass wir jetzt die Bösen sind wenn du bei uns denn Platz finden würdest du bei uns denn Platz finden würdest und mich mal hier als verdammt nochmal Halt's Maul was willst du denn dagegen tun? mich einbuchten? ich will... es reicht jetzt Halt du dich da raus Mendoza gern doch guten Abend Detektiv Tad? ja wir beide sind weit weg von zuhause hey Milsey Augen nach vorne tch nettes Gespräch Tad hier hier wird gleich ne ganz heftige Nummer gestartet du ödest mich an Ter mach mich nicht an Mann ich bin nur der Bote Tyson hat gesagt Moment Tyson Latchford ja siehst du jetzt hörst du mir ja doch zu ok der Plan geht folgendermaßen oh man scheiße Tyson ich sollte dich warnen aber scheiß drauf Alter halt dich einfach irgendwo fest Tad was ist hier los? Party time der hat wehgetan Mama ich weiß nicht was boah Mann bist du schwer du willst nicht wissen wie lange ich den Schlüssel schon hab und schon gar nicht wo ich ihn bisher stecken hatte was machst du da? Tyson wartet am Wasserturm auf dich sobald er damit fertig ist die Bullen abzulenken halt was? geh zum Wasserturm hey Moment mal und was ist mit dir? Mann passt uns an den Ohren passt uns an den Ohren Wasserturm los ok Wasserturm ein w doch we w w w w Was ist denn ein neistisch? Und wenn man Kontroler hat, was ihr denn? Was ist denn? Was ist denn ein neistisch? Was ist denn das? Ich bin Karls ziela in Hals, mein Heffinger auf dem Underscheid hat Meine Frau, ich bin der Mannschaft. Meine Frau, ich bin der Mannschaft. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020